Ja, genau. Das ist halt die Brücke da, wo wir gerade lang gefahren sind. Ja, Brücke nicht, aber dieses Ding. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Okay. Verlichen. Yo. Oh, ein bisschen nicht. Ah, ich bin doch vorbeigelaufen. Hm. Naja, dann halt nochmal. Will ich jetzt mal aber eben den Plasma-Cutter auswählen, weil für die Babys ist das hier am besten. Oh. Ja, oder so. Ja, komm her. Komm. Oh, schade. Vielleicht fällt der in eine Raserei und rennt da direkt durch. Naja, aber doch nicht. Schade, schade, schade. Ach, hallo. Muss ich aber auch mal eben nachladen, hier, ne? Ähm. So, hier. Ja, der kommt jetzt hier lang gelaufen. Hallöchen. Hallo. So. Oh, scheiße. Der hat nicht nur noch Munition. Die musste ich mal eben holen. Unsere schöne Impuls-Munition. Oh, kacke. Oh, Gott. Was zum Teufel rennt der da rein? Ist der... Oh. Ne? Soviel zum Thema Schlauheit. Oh. Dann halt nochmal von vorn. Macht ja nix. Haben wir Zeit. Ne? Ich wähl mal lieber die Säge aus. Hallo, Baby. Jawoll. Ah ja, stimmt. Das kann da ja durch. Jo. 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 Huh. Der tut nur so Wette. Ne, doch nicht. Hätte ja sein können. Komm her. Willst du doch hier einen... Ob die Fresse kriege. Ja, oder so. Dann... Lass dich da einfach hochziehen. Ist auch cool. Macht bestimmt Spaß. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das reicht dann jetzt aber auch mal ein Gegner, ne? Oh, zwei sogar. Oh, kacke. Na, 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 tut das Ding schnell. Okay, bei den Viechern brauche ich echt. Das Ding. Wie gut, dass die Impulsprojektile dabei haben. Hat es jetzt aufgenommen, ja. Habe ich. Gut. Huh? Ah. Ah. Ach, ach. Monster? Oh, Gott. Habe ich immer noch nicht weit genug weggemacht? Oh, super. 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 Hühnchensuppe. Fuck. Was zum Teufel? Bitte nicht schon wieder. Nein. Ich habe keine Midi-Packs, mir nur noch so kleine Scheiße. Oh, kacke. Äh. Haha. Haha. Sind das mehrere? Shit, das war nicht sein Rücken. Oh. Ich glaube, wenn ich auf den schieße, dann wird der... Dann macht der sich in so einen Popon. Also macht sich... ...zu geschützt. Oder auch nicht. Kacke. Oh. Kacke. Kacke. Er ist in der scheiß Position, muss ich sagen. Hier. Scheiße. Kacke. Munition alle. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Nicht mehr mehr. Ja super. Soll ich den denn jetzt noch killen, bitteschön? Das Ding macht mal wieder alles ordentlich, wa? Energieknoten. Ja. Sehr schön. Da. Puls Munition. Boah. Gibt's jetzt irgendwo Medipacks? Alter. Ich brauch die unbedingt. Boah. Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Energiezufuhr zum AASC gestellt. Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet. Ach. Wie die Peck. Ich mach Fortschritte mit dem Pilegaster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So weiter. Boah. Das war jetzt hier ganz schön anstrengend. Hohoho. Ach komm schon. Ich hätte das Ding mit den Dingern auch abwerfen können, ne? Ja egal. Oh. Warte. Wir können ja mal eben. Na egal. Wollte das Ding da so an die Luft klatschen lassen? So richtig so. Böhm. So. Oh. Oh. Wir kommen gleich eh noch was. Siehst du? Höre ich sogar. Ach. Hallo. Ja. Ah. Was war ich denn? Boah. Die Dinger sind so cool. So. Jetzt muss ich aber auch mal ne Pause machen. Ich jetzt nämlich erstmal schön grillen. Ich hoffe dann mal. Wir sehen uns. Wieder. Hasta la vista.